es wird schon wieder dunkel und das war ich hier und hier oder muss ja nicht so symmetrisch sein in der natur ist es auch nicht symmetrisch es ist halt nur schöner wenn es symmetrisch ist die höhe nicht geguckt das ist dann hier aber das scheint zu stimmen ja gut und das stimmt hier glaube ich auch weil es ist genau da genau da sonne geht unter ich gehe ins bett knacken so unser springbrunnen unser schöner springbrunnen ein nacktes schaf ein kreuz mit schmerzen da ist schon der erste baum gerade aufgepoppt hat doch so was mit so bäumen jetzt dann noch gerade mal von oben gucken wie es da aussieht mit baum ja super jetzt muss man da noch ein bisschen beleben und da noch ein bisschen irgendwas reinbringen sieht doch schon recht angenehm aus dieses schwarz-weiße fällt es sticht schon ein bisschen arg da draus wenn man die farben hier ein bisschen abschwächen könnte das wäre vielleicht ganz lustig gut das geblubber von der lava ist schon ein bisschen nervig aber ja lava geblubber halt ich hoffe mal die bäume werden jetzt nicht so groß ich habe eigentlich gehofft dass die so in der größe sind alle dann wäre doof wenn ich dann noch mal einen abreißen müsste und noch mal aufstellen müsst ich lasse mich mal überraschen so ich habe ein haar im mund was macht man hier rein das leere eck das ist mir so leer da weiß ich nicht was machen soll mini ihr garten findet ihr den weg von da nach da oder so oder zur mitte aber ihr garten die nähe das kann ich nicht bringen hier auf der kleinen fläche in ihr garten ihr garten ist dann schon also da muss das dann schon vierfach so groß wie der ganze park sein würde ich jetzt mal behaupten gut was macht man jetzt soll ja mir fällt nicht nichts ein gerade was ich da reinmacht dann können wir mal noch die eck hier fertig machen da können wir dann da kann man eigentlich normale bäume mal pflanzen da hinten so zwei und vielleicht hier ein bisschen näher hier vielleicht noch so einen größeren haben wir wo haben wir wo haben wir mich eigentlich fragen wo haben wir denn noch sieht da haben bestimmt auch noch so ein paar bürken sieht oh da ist der ja du tolle wurst ja was wechseln du jetzt in die richtung du bist schon doof gell du alter kürbiskopf da muss ich da muss auf jeden fall in der mitte was anderes noch hin machen jetzt wo ich das sehe ähm 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 ne sieht's oder kann es sein sogar dass wir die noch da drüben haben ich weiß es gerade nicht mehr so genau in in neta können wir auch mal wieder gehen einfach so na katzen kurze geschweige sekunde rest in peace mauzi die durch einen tragischen oh da haben wir noch ein paar birken setzlinge und ein paar eichen eichen sind die normalen die durch einen tragischen glitchunfall gestorben ist so die haben mich jetzt auch gerade gestört und wenn wir gerade hier waren oder wenn wir gerade hier sind ach da haben wir ja auch noch mehr die müssen wir auch noch alle irgendwie wieder so und Lilienblätter brauchen wir auch noch ein paar die kann man ja auch leider nicht züchten oder dass man da irgendwie so einen auf dem ähm auf dem Teich äh auslegt und dann vermehrt die sich irgendwie oh da sind schon zwei Bäume gewachsen auf der Seite ist noch nichts gewachsen so dann machen wir mal direkt oh mach mal komm der kann hier doch ein bisschen rüber gucken ist doch kein Problem über den Busch dann mach mal noch hier einen hin hier muss ja nicht so genau symmetrisch sein ne so ne so ein schönes grünes stadtparkmässiges grün bänke muss ich da noch irgendwie reinpflanzen und ja mal gucken was wir noch mit dem mit dem Teich noch machen vielleicht erweitern wir den vielleicht noch äh vielleicht erweitern wir vielleicht noch vielleicht 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 machen wir den noch ein bisschen größer und jetzt brauchen wir den Wassereimer um weiter größer zu machen hm 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 den haben wir aber nicht dabei kann ich hier vielleicht irgendwo was mich irgendwo verkünsteln oder so also jetzt nicht lachen gell das ist äh ich hab keine ahnung was das jetzt wird kann sein dass ich das alles wieder abpropfe was ich hier grad mach nein äh die scherbe äh die scherbe die 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 nur mal was gucken was ich werde es wahrscheinlich weil mir gefällt es gerade schon so wie ich wie es gerade baue gefällt mir gerade überhaupt nicht das ist doch wie sieht es von oben aus ich glaube das reiße ich wieder ab ja das war ein versuch wert nee war es eigentlich nicht das war eigentlich schon eine doofe idee na das sieht kacke aus habe ich habe ich gerade nicht bonemeal um die bäume mal ein bisschen hier anzuspornen zu wachsen das ist auch wieder doof da sieht man wieder die zwei gebiete da werden die blätter ein bisschen heller und da wieder dunkler und es wird schon wieder nacht oder das wollte ich nicht ja es wird gleich schon wieder nacht die spirale des glücks die dann doch nicht so glücklich macht naja muss man sich dann wie es ist doch nacht jetzt aber komm lass mich schlafen komm auf auf hopp jetzt aber jetzt jetzt ja jetzt hallo jetzt ach lustig ist mir auch noch nie aufgefallen ein rotes buch blaues buch hä wie sind die dann sie ist es ah nee da ist wieder blau blau grün grün das sei gerade so ein bisschen mehr doch das ist random oder ne blau blau oder kommt es darauf an wie man die gestellt hat was weiß ich ähm enchant mit 1 was können wir denn mit 1 enchanten ein Stück Busch ein Stück Busch Lilienblätter können wir uns da noch besorgen oh da ist ein Baum gewachsen also langsam wird der Garten hier doch was ich muss jetzt nur mal ja das die die diese Schnecke die ich habe gedacht das wäre jetzt eine gute Idee aber ja man sieht es ja dass es das nicht war hm doofe Idee ne da müsste da muss ich was anderes hinbauen das kann ich so nicht lassen das gefällt mir nicht ach das habe ich ja gar nicht gewusst man kann sich ja das Gras auch so mit der Schere abschneiden gut ähm den Teich kann man eigentlich auch zu machen wir haben da ein Meer da braucht man da nicht noch einen Teich was ich mir auch noch vorgenommen habe ähm aber das weiß ich nicht ob ich das schaffe weil da werde ich wahrscheinlich viel zu ungeschickt dafür sein sozusagen ich würde hier gerne so ein Schiff ins Wasser bauen das wird halt äh heftig sag ich mal also da braucht man glaube ich schon ein paar Skills die ich nicht habe um so ein Schiff da ins Wasser zu setzen und das ist glaube ich dann auch so ein Auftrag den kann man dann mal machen wenn die Kirche nicht mehr existiert äh was nicht mehr existiert Quatsch wenn sie fertig ist ja Schaf wenn du die ganze Zeit da auf Stein rumrennst dann kannst du nichts futtern dann kannst du kein Fell nachwachsen lassen dann kann ich dich nicht scheren bäh so die wachsen auch nicht mehr vor sich hin da ist noch der zweite jetzt gewachsen hier ah der hätte ein bisschen höher sein können für meinen Geschmack dann kannst du doch das auch mit dem zu diesem dass ich noch nicht mehr so wenn du mal dann kannst du mal dann kannst du mal